Bei einer natürlichen Behandlung der Zornesfalte kommt bei uns die Hyaluronsäure zum Einsatz, meist auch in Kombination mit Botulinumtoxin. So haben wir die beiden Vorteile in der Behandlung drin. Das bedeutet zum einen, dass man nicht mehr bei Sonneneinstrahlung direkt auf die Stirn gleich einen bösen Blick verursacht, aber auf der anderen Seite immer noch eine Mimik besitzt, dass man bei entsprechender Aggression auch deutlich zeigen kann, welche Stimmung man hat. Dafür ist diese natürliche Behandlung da und wir finden das sehr positiv bei den Patienten und diese lassen das auch gerne bei uns so in dieser Art und Natürlichkeit durchführen.